Jawohl ihr Lieben, ihr werdet nicht erraten, was Jessie jetzt vorhat. Ich habe Pokémon Puzzle die gern, weil mir vorhin etwas eingekommen ist. Ich habe vor sechs Monaten den schweren Teil beendet, also hier schwer. Aber irgendwie liegt es mir, wenn es auch wahrscheinlich sehr nervenaufreibend, aufregend sein wird und vielleicht auch unschaffbar, denn das ist bei mir schon vorgekommen, mich an Ex-Schwer, ist extrem schwer. Ich werde es tatsächlich mal versuchen. Gott, was hat mich geritten? Ungeübt, kalt, ich habe nämlich überhaupt nicht vorher gespielt. Ja, werde ich das hier jetzt mal versuchen, oh Gott. Das wird nichts. Ich habe das Gefühl, dass das nichts wird. Pocano! Dieselbe Stimme wie Carrie, komisch, wa? What the fuck? Okay, konzentrieren. Ich meine, das kriegen wir nicht, ich baue schon wieder Scheiße. Maul halten. Maul halten, du Candeloni. Das war nicht geplant. Man merkt, dass ich nicht trainiert habe, also dass ich kalt bin, sagen wir mal so. Er ist jetzt auch noch nicht die Herausforderung, muss ich sagen, Gott sei Dank. Der wird am Ende, wenn er dann nochmal kommt, viel schlimmer. Wie jetzt? Scheiße, ich habe mir aufgepasst. Dreck den Sock. Was ist denn das jetzt hier? Okay, du kommst da hin, du kommst da rein. Ein bisschen was, oh nee, das wollte ich nicht. Das hoffe ich, Ash. Dass du das wirst. Versuch's, weiter. Ich halte den Pokéball in meiner Hand. Yeah, jetzt kriegst du mal was rüber, Gary. Weiter, du gewinnen! Ich fange als erster an. Yeah. Größere Meister sein, Pokémeister. In der Pokémon-Welt. Warum geht das aber immer schneller? Okay, schaffe ich den gleich? Nein, so bin ich. Maul halt, du Arsch da drüben. Wie schnell mir das jetzt schon fällt, das ist nicht normal. Und mit ein bisschen Pech? Ich hoffe, ich habe es auch jetzt schon nicht. Ich bin ja schon beim Versuchen, du Trotte. Oh, oh, oh. Äh, nee. Nee. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe nichts mehr gesehen. Puh, habe ich es doch gewusst. Halt die Fresse, du Assi. Ey, ich hätte es vielleicht nicht machen dürfen. Das ist zwar ein Fehler. Ich bin nicht eingeübt, ich bin kalt. Also, ob ich einen 100-Meter-Lauf machen will, ohne vorher mich aufgewärmt zu haben. So fühle ich mich gerade. Weiter so! Weiter so! Weiter so! Das ist ein Fehler. Man darf nicht... Man darf nicht kalt reingehen. Ich hätte vorher echt mal üben sollen. So ein bisschen Probe. Ich heu ihm auf die Fresse, diesem Gary. Und wenn ich dir nur kleine Steine hinlege, das ist auch was wert. Das hat sogar schon sehr viel wert. Nee, das hat doch gar kein Wert. Mann, ich sehe schon wieder nichts. Okay, der war schon gut. Der war schon gut, der war schon gut, der war schon gut, der war schon gut, gut, gut. Das war nicht geplant. Nein, das war auch nicht geplant. Trottel. Okay, der war schon besser. Versuch's weiter! Jetzt schieben wir den da rein, dann fallen die da runter. Komm, mach mal hoch. Mach mal ein paar. Scheiße, was mach ich denn? Ich mach so viel! Yes, Baby! Du bist schon mal weg. Man muss immer kontinuierlich mindestens kleinere hinwerfen, damit da... Ja, danke. Ich muss auch mal was trägen auf den Schock. Du bist erst der unbefaltige Gegner, da war ich. Ich freu mich. Ja, komm, Shigi. Shigi? Äh, das wird lang dauern. Fürchte ich. War keine so gute Idee, das anzufangen. Fürchte ich auch. Äh, ja. Na, we're Tonya City. Auf dem Weg, na, we're Tonya City. Auf dem Weg, na, we're Tonya City. Ach, wie schön. Aber was mach ich denn schon wieder? Ja, ey, vergiss es. Vergiss es, vergiss es nicht. Ist dein Tag, Jess, heute. Ist überhaupt nicht mein Tag, ich werde sagen schon nicht. Trotzdem fühle ich mich da so überpflichtet, was aufsehen zu müssen. Kein Problem. Weil mir auch irgendwie immer Abonnenten zukommen, wenn ich nichts machen will, wenn ich keine Lust habe. Das ist richtig merkwürdig. Auf dem Weg, na, we're Tonya City. Tonya City. We're Tonya City. We're Tonya City. Kein Problem. Oh, cool, es geht weiter. Schegi gleich steigen. Kein Problem. Doch ein Problem. Für mich langsam schon. Hey, das ist doch nicht Trottel. Ich bin der Trottel, der nichts hinkriegt. So eine Kacke, die andere ja nur ich. Yeah. Aufhören. Noch härter als gewohnt. Ich habe ein Problem. Weil das Asse da drüben wieder mal nicht auf, mich zu provozieren. Hauptbahnhof ist Nautzeller, Rocco. Du nervst. Jawoll. Es wird doch immer schneller, muss man dazu sagen. Wie die Steine nach oben kommen. Das ist schon scheiße. Gratuliere, du hast den Felsorden gewonnen. Bist du bereit? Misty. Biba, biba, biba. Siepe. Siepe. Oh nein, der wird mich provozieren. Siepe. Vielleicht habe ich Misty ja noch. Siepe. Siepferd. Weiter so. Weiter so. Oh, da gehen sogar fünf. Nee, jetzt nicht mehr. Doch. Da gehen auch fünf. Da gehen vier. Da gehen jetzt auch vier. Schnauze. Schnauze, die Peer. Siepferd. 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 Ich werde gewinnen. Weiter so. Siepferd. 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 Guter Kamm. Weiter so. Siepferd. Siepferd. Maul halten Siepferd. Scheiße. Tu sieh halt doch mal den Rand da drüben. Du produzierst mich nicht. Weißt du. Die erwarten können nicht viel wirklich. Jawohl, ja. Ja. Ist die gekacken. Der war auch nicht geplant. Yes. Das Gefühl, ich komme langsam rein. Das ist auch gut so. Das werde ich brauchen. Denn am Schluss wird Mewtwo unser letzter Gegner sein. Das wird richtig, richtig hart. Von mir aus kann es losgehen. Von mir aus auch. Pikachu? Komm. Letzter, blitzter. Okay. Let's get ready to puzzle. Yeah. Okay. Weiter, weiter, so. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Huh? Hahaha. Oh, geil. Wenn man so vertieft ist, dass man gar nicht merkt, wie dumm der andere drüben ist. Das war geil. So muss das laufen. Das ist immer so eine Sache des Glücks, ob der Gegner da an der Seite was stehen lässt. Da muss man ganz, ganz viel Glück haben. Dass Mewtwo das macht, kommt sehr selten vor. Aber wenn, dann ist man glücklich. Also ich bin da glücklich. Okay. Sieht schon ein bisschen komischer aus hier. memorisch ein bisschen komisch. Sieht schon mal solle losgehen. Da kriegst ein geheimes Tief in dir. Was für ein Pokémon bist du? Ganz egal, was ich du tue, gibst du mir die Kraft dazu. Was für ein Pokémon bist du? Nein, 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 nein. ин waren! Begeカンド! Legst du auf! Zie Buddhism遊戲! Scheggy, ich bin stolz auf dich. Öh, leck mich Erika. Echt, ich geb nicht auf. Nicht so bekloppt aus. Schade, ich hab was mehr drauf machen können. Ich kann nichts machen, ich seh nichts. Doch. Nein, nein, dann nochmals nein. In Ordnung. Ich hätte hier mehr draus machen können. Ich bin so dumm, wie ich mich vorhandeln kann. Du schlampe nervst mich. Weck mich. Ey, sorry Leute. Aber da muss ich mich einfach aufregen. Ich glaube, ich bin mit dir schon fertig da drüben, oder was? Du hast wohl einen Arsch auf. Ich fang erst an, meine Liebe. Ich fang erst an. Ich werde gewinnen. Du auch? Du gehst mir. Weiß her so. Weiß her so. In Ordnung. Du auch? Weiß her so. Weiß her so. Du gehst mir. Gott. Gott. Kein, du meinst verrückt da drüben. Du nervst mich doch, die dumme Kuh. Ehrlich. Jawoll. Yes. Okay. Genau, Ersch. Und damit cutte ich und beende den, ich glaube, sechsten. Sechsten, also Part nach einem halben Jahr. Der extrem schweren Serie von Pokémon Passage. Bis dann. Good. Tak.